Sag mal, wie spät ist es eigentlich? Da ist eine Uhr. Wie spät ist es denn? Da ist doch eine Uhr. Wie spät ist es? 20 nach 11, Mann. Da hasch mich nicht. Sag mal, wie spät ist es denn? 20 nach 11. Sag mal, wie spät ist es denn? Zu spät für dich, Mann. Tschüss.